Ach, scheiße. Alter, wie langsam fährt denn die langsam Teile Marvin? Ja, der ist eben so ein Brennstreifen, ne? Das hält so wie du in der Hose aus. Nein! Hakuna Matata, seid herzlich willkommen. Motorrad Parcours 20% mit dabei. Sagener, Kev und Deko, hallöchen. Was geht ab, ihr Lieben? 20% Kanningstanz, sind das die Neuen unter 10? Wird auf jeden Fall hart und nice. Leute, es ist so gefährlich. Ich hab mir ein Hand für das heutige Rennen aufgezogen. Das heißt auch schon mal was. Es ist ein Pro-Race. Ein Pro-Only-Race, genau. Kein Kontakt, einfach nur wer der Beste ist. I'm the best! Error! Er fasst! Ich fahr falsch rum als einziger! Hallo! Oh Mann! Hallo, 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 hallo! Guck dir das an! Oh Mann, der Beste wäre auch richtig gut! Ah, ich bin besser! Oh fuck! Okay, da war ich zu schnell! Oh shit! Ihr habt ihn gesehen und gerochen habe ich's! Gerochen hast du das? Mann! Ich wusste so mal trotzdem nicht! Nice, das ist ja witzig jetzt hier! Naja, aber sieht cool aus, die Map hier vorne! Ja, ist geil! Sieht ganz nice hier aus! Alter, ich bin echt gespannt, was hier noch passiert! Da wird gleich richtig hart passiert wahrscheinlich! Nein! Wo ich weiter nach vorne oder hinten? Okay, okay, okay! Wir sind wieder knapp an hinten dran! Die haben wir doch gleich wieder! Das ist doch klar! Oh, ich habe mich nicht gerade ausgerichtet! Als ob! Wo ist das denn? Oh fuck! Oh, ich hätte mich gerade ausrichten sollen! Oh! Nein! Oh! Oh! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Nein! Den hat sich perfekt gerade ausgerichtet! Shit! Sieht gut aus! Sehr gut! Ich war mir rum! Jawoll! Ey! Alter, ich krieg mich einfach nicht gerade ausgerichtet! Jetzt bin ich gerade! Nice! Komplett gerade! Ich hab keinen Bock so lange zu warten, Alter! Oh! Boah! Ich bin perfekt gerade! Ich höre jetzt mal auf ihn rein! Quack, quack! Ich bin hier gegen Ende! Bin ich echt scheiße gefahren! Boah, nee! Das ist ja schräg, das Ding! Ich will nicht noch alles mit vorne machen! Ich will nicht noch alles mit vorne machen! Ich will nicht noch alles mit vorne machen! Bitte! Alter, ist das nice! Oh! Oh! Ich hab Angst! Oh! Ist das Ding schräg? Oder soll ich das vor? Ja, das wird ein bisschen schräg! Man muss nachlenken, auf wenn man gerade ist! Daddy hat es! Ich hab's auch! Runter! Mussten wir gar nicht hin! Run, run, run! Wenn du jetzt stirbst, ist alles weg! Nein! Da war vorher ein Punkt! Nein, da oben war ein Punkt! Ach, hier ist ein Bremser! Ach, hier ist wieder was! Okay! Okay! Alter, nein! Vollgas, vollgas, vollgas! Vollgas, vollgas! Vollgas, Bremser! Und dann mach! Nein! Hier muss man sich einfach nur konzentrieren! Ich bin fast oben gewesen, runtergefallen! Oh, das ist so mies! Ey, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Das geht aber schnell! Ey, ich war fast oben und Pfeil runter, weil ich mich neu ausrichten wollte! Und beim Rückwärtsrollen, als ich um Gas zu haben bin, ist er runtergefallen! Oh, ärgerlich! Oh, ärgerlich! Konzentration! 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 Alter, diese ganzen... Diese ganzen Palmen! Ja, die... Wow! Was war das? Alter, Konzentration! Oh! Komm! Ja! Was? Hier ist kein Safe-Punkt! Nein! Da musst du noch was machen! Hier nicht! Please! Komm! 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 Ja! Einmal hier! Einmal hier! LOL! Hier ist ein Taberster! Nein! Nein! Ich hab den Punkt! Nice! Nice! Oh! Hier ist wieder ein Taberster! Oh, hier ist ein Fahrstuhl! Marvin! Sei fair! Was für ein Taberster ist das? Hier ist ein Fahrstuhl! Nice! Was ist ein Taberster, Marvin? Ja... Wirst du dann sehen! Hammer! Hammer! Oh nein! Nein! Oh, fuck! Wir sind nur erst ein Punkt weiter! Ey, so war's dann vorbei! Ach, muss ich hier... Oh, lol! Immer... Wo muss ich lang? Ich hab keine Ahnung! So, hier sind wieder die Fahrstühle! Alter, das ist aber eine geile Idee, ehrlich gesagt! Ja, die ist richtig cool! Ey! Ich bin immer noch bei dem Scheißding, ne? Konzentrate dich einfach! Ah! Los! Ich kann nicht mehr konzentraten! Marvin, das ist die... Die Fliegenkammer! Ich bin gerade genau an der Bands runtergefallen! Gaskammer! Oh, wait! Geht zu! Aber den hab ich die Schranke nicht mitkriegen! Nice! Ja! Fahrstuhl geschafft! Was kommt jetzt? Alter, ich fühl mich wie so'n Türkus-Akrobat hier! Alter, ich... Ach, der Fahrstuhl! Der Fahrstuhl! Klebeliege! Was? Nein! Shit! Ja! Ah! Ja! Punkt! Nice! Alter, der Fahrstuhl ist geil! Was ist das wieder für eine nice... Nein! Fahrstuhl nicht geschafft! Hab ich auch verkackt, also... Nein! Oh, Leute, sogar gestorben! Oh, nein! Okay, das wird echt schwierig! Okay, das wird echt schwierig! Oh, das heißt, ich bin vorkehrt, wenn ich jetzt nicht durchkomme! Oh! Ich dachte eigentlich nicht durch! Also, weil ich einfach zu gierig am Rand war! Jetzt aber! Und jetzt wird's schwierig! Jetzt wird's schwierig! Oh mein Gott! Aha! Den hast du nicht mehr geschafft, oder? Nein! Das will ich doch niemals! Warte, okay, das... Ah, das könnte doch gehen! Nicht Fahrstuhl! Ich hasse Fahrstühle! Alter! Du wolltest die Fahrstühle, wie viele du hintereinander machen musst! Ich hasse Fahrstühle, Alter! Ich hasse Fahrstühle, Alter! Du musst da durch! Den anderen musst da durch! Ich hasse wie viele Fahrstühle! Ihr habt diese Maps doch ausgewählt, weil ihr wisst, dass ich Fahrstühle hast! Alter, das sind so viele Fahrstühle hintereinander! Ja, nur deswegen habe ich diese Maps genommen! Nur deswegen! Ich bin durch! Oh! Was? Es geht jetzt wieder runter, oder was? Here he is! Oh! Oh! Dieser scheiß Fahrstuhl, Alter! Man ist hier so gewillt, das Highspeed zu machen, aber das geht glaube ich einfach nicht! Oh! Alter, das ist richtig schwierig hier! Alter, Mami! Fahrstühle! Man darf es nur nicht Highspeed machen! Ja, habe ich gerade auch schon gemerkt! Gibt es hier keine Treppen? Treppen? Oh! Er will keinen Fahrstuhl fahren! Ja, hier! Kasse Fahrstühle! Gegenteil von fauler Sack bist du! Mann! Die Kasse Fahrstühle! Was? Hier geht es doch hoch! Es muss sein, dass ich alles halbwegs gut mal gemacht habe! Und dann kommt... Nein, nicht nochmal! Oh! Alter, was ist das denn? Für eine Map, Junge! Fuck! Die ist ja mega krass! Zieht euch das rein! Da ist mal Bossa! Ich sehe ihn! Nein, du hieß mich nicht! Ich hole auf, ich hole auf! Nein! Ich habe den Schmuf gerade! Oh! Alter, wie lange ist denn dieser Fick... Fickkotz... Teil hier, Mann! Ey, ich... Boah! Also die werden immer länger, ne? Ey, ich bin jetzt oben anbekommen! Ey, und das Ding ist, dass oben das Ding... Oh! Wenn du wie gesagt... Die anderen sind noch länger und die gehen um Kurven! Also viel Spaß! Ja! Also das war doch ziemlich easy! Oh fuck! Oh fuck! Das kann nicht wahr sein! Fahrt ihr das irgendwie... Kann es sein, dass ihr das mit... Mit Tastaturfahrt, damit der Maus viel besser die Kamera mal machen könnt? Ja! Ja, das kann sein... Wobei... Tastatur ein bisschen hart geht... Aber du kannst besser... Du kannst ja doch ganz mit dem Controller als Schmufa lenken! Oh, das war böse! Oh, den Punkt habe ich gleich! Ja! Komm! Ich muss auch mal mit was hier probieren, Leute! Vielleicht geht es da noch besser, aber wenn ich nicht geübt bin da drin... Ja! Ich habe den Punkt! Nein! Geht's direkt so weiter, oder was? Oh Mann! Jetzt müssen wir so einen... So einen Bremsstreifen hochfahren! Oh please! Boah, mit... Das geht ja viel besser mit Tastatur! Ja, aber wie gesagt, du musst bei den Kurven merken, dass es dann... Ah, ich hab's geschafft! Nice! Oh, mit Tastatur zum ersten Mal! Dann hab ich's direkt geschafft! Kann nicht wahr sein! Dann kommt noch was viel härteres! Ja, hast du's auch geschafft? Ja, bei Tastaturen für mich... Alter, was für ein Fickrotz ist denn das hier? Oh, ich werde fast... Ich werde fast runtergerutscht mal, Bossa! Oh, das wäre krass! Ja, weil... Weißt du, diese... Hier sind diese... Komischen Pinüppel, die daraus gucken... Oh, ich werde fast... Du bist ja ganz kurz nach oben geboostet, so minimal... Ja... Und der hat mich so zur Seite weggeglitscht einfach... Oh... Fahren sie mich! James, fahren sie mich! Ach, wollt' ich schon sagen... Was, kommt noch mehr Fahrschild? Alter, ganz da hinten! Oh, shit! So was ähnliches! Alter! Und... Das ist so krass! Jawoll, nächster Punkt! Nice! Akrobatner Bossa! Oh fuck! Hä? Achso! Ah, okay! Alter, wenn man hier einmal fällt, dann rastet es doch aus! Ja! Also das war der krasseste Scheiß! Ey, das Ding hier ist so extrem lang, ne? Ja, fand' ich auch! Das ist... Also das ist viermal so lang, wie das nach oben oder so! Und das geht richtig krass um die Kurve mit her, weil es wegflitscht und so... Nein! Komm wieder hoch! Kommst du wieder hoch! Haha! Jetzt kommt wirklich wieder hoch! Ey, ey! Ey! Wof! Alter! Ja! Marvin, ich stehe kurz vor dem Zerberster, vor dem Öffnungstor! Ah, da, okay! Mann! Yes! Ich hab' den Punkt! Ich hab' den Punkt! Oh! Dann geben sie mir... Safe Radio! Ach, Scheiß! Alter! Alter, wie langsam fährt denn die langsam Teile Marvin? Ja, das ist eben so ein Bremsstreifen, ne? Dasselbe wie du in der Hose hast! Nein! So, erst wollte ich gerade aussagen! Oh mein... Oh! Das gleiche wollte ich gerade aussagen! Leute, hat irgendwer im Hintergrund richtig rumgeschrien! Komm, Alter! Oh, Junge! Ich mach' gerade so Flüchtigkeitsfehler! Wozu fickt ihr nicht? Oh, hier ist Deiner! Nein! Komm, fahr schnell! Ahaha! Hey, halt's nicht mehr aus! Nein! Ich hab Deiner bleibt! Nein! 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 Alter, was ist das? Alter! Oh! Jeder konzentrieren! Aber das Geile ist, du musst bei diesen komischen Transporteuren nicht unbedingt warten! Ja, das stimmt! Du kannst ja diese... Transporteuren... Kevin ist jetzt Französisch! Al... Was? Franzose! Nein! Ich hab zu wenig Speed geholt! Haha! Serious, Marvin! Nein! Und... Verkackt die ganze Person in einer einfachen Kacke! Ey, Serious, alles von vorne mit den Transporteuren, Marvin! Alter, welcher Sadist hat sich das denn ausgedacht? Richtig heftiger Schizzle, Alter! Ey, Marvin, den ganzen Dreck nochmal von vorne, ne? Ja, das geht doch noch! Ja, aber nur weil ich zu wenig Speed hatte, obwohl ich sogar Anschwung genommen habe! Echt? Ja, deswegen ja, ganz komisch irgendwie! Alter, kann ich nicht mehr! Ist das Deiner richtig, Deiner? Ich kann nicht mehr! Ich hoffe! Alter, wenn das hier falsch ist, was ich gerade mache, ne? Dann ficke ich aber im Dreieck! Ficke ich im Dreieck! Alter! Ist das, dass man so eine liegende Rampe, so einen liegenden Looping langfangen muss? Ja! Ja, genau! Nice, da haben wir es! Wo denn sonst? Ach, hier! Das ist doch! Das ist cool! Dann nochmal hoch! Achso, ich bin wahrscheinlich näher am Punkt als Mabossa, obwohl wir jetzt genau vor dem gleichen Punkt stehen! Ich verkacke hier schon die ganze Zeit, Kevin! Der Punkt ist eigentlich echt nicht schwer! Bei dem ganzen... Bei den Kästen fahren, oder was? Dena, nicht zu geil! Nee, nee, nee! Das wird ganz schön eng da bei dir links! Oh! Oh, Mann! Alter, ist das hart! Come on! Come on! Alter! Hey, Nobis, komm! Nein, verkackt! Uh! Konzentriere! Ich konzentriere mich nicht auf Dena, ich konzentriere mich auf den Einschlüsseln! Nein! Curious! Kann ich hier hochfahren, wenigstens? Wenn ich hier runterfalle, dann ist es auf jeden Fall... Komm! Was ist da? Komm! Vorbei für mich! Oh, ich muss alles drauf und vorne machen, Marvin! Weil ich einfach... Ich bin nicht auf das Ding draufgekommen, weißt du? Ey, warte! Oh Gott, verlass' mir mal! Weißt du, was ich meine? Ja, jetzt kann ich wieder reden! Ich bin nicht auf das Ding draufgekommen, sondern irgendwie zur Seite weggerutscht! Aber das war ja noch ganz am Anfang, ist ja halb so... Halb so hoch! Also, ich glaube, wenn man einmal drauf ist, dann ist es nicht schwer! Dann musst du dich nur konzentrieren! Ich muss mal eben anmerken, dass meine Musik gerade richtig geil ist! Oh, fuck! Warte, ich fahr da so hoch! Tricky, Mickey! Tricky, Mickey! Aber das ist echt... Sind das Fahrstühle, die da kommen? Oh mein Gott, das ist aber echt ne harte Map! Die ist echt geil! Also, ganz ehrlich, das war ne sehr, sehr nice Idee! Aber wenn ich so an manchen Punkten rausgeflogen wäre vorher, ich glaube, ich hätte Alter 4 gedrückt! Ja, also man hat keine Motivation dann mehr, ne? Weil das ist echt... Man hat nur einmal diese Konzentration und wenn... Ja, so wie ich, der... Ich bin, glaube ich, siebenmal runtergefallen bei diesem Scheiß-Tals... Ja, aber die ist ja auch easy die Stelle! Wenn du bei diesem liegenden Looping runtergefallen wärst, der... Irgendeinen Vorteil bei irgendeiner Abkürzung bei diesen Stopp-Dingern? Was sollten die? What the fuck? Wir sind Zauberer! Oh, ich hab den Punkten! Wir sind Zauberer! Gleich geschafft, Leute, ja! Oh, war das close! Ich hab den Punk bekommen! Ey, du musst hier echt diese Scheiß-Dinger hochfahren? Ja! Mal sehen, wann Cap sagt, dass der Zauberer ist! Ich bin jetzt schon ein Zauberer! Ich hab ein Ticket nach Hogwarts! Diesen Winter geht's los! So, nice! Alter, Körse, ich hab schon den übelsten Tunnelblick... Ich hab auch richtig diagnostisch geschaut! Echt? Ich... Muss ich bisschen weiter nach da? Dann? Apew! Komm! Da oben wahrscheinlich lang, okay. Oh Gott, das ist ja wieder so ein riesen langes Teil. Ein riesen langes Teil! Das höre ich auch ganz oft. Ja, ja, wird mir mal gesagt. Oh, was ist... Alter, mein Gesicht! Was ist das für eine Strecke, Mann? Okay, durch den Feuerpimmel. Durch den Feuerpimmel? Für Krankheiten, oder was? Eigentlich war es eher ein Feuerschließmuskel, aber... Alter, jetzt darf man nicht zu schnell werden. Ich habe gerade schon angefangen Gas zu geben, weil ich das Ziel sehe. Oh, bin durch! Junge! Lol! So stumpf gegen die Wand gefahren! Nein, nein, auch! Als ob das hier hochgeht. Uh! Nein! Komm ich da nochmal hoch! Ob so, jetzt ist wieder so ein zerberster, Mann! Na, komm, Junge! Ah, lenke dich! Ja, okay, ich bin oben. Puh, was jetzt? Ob man da jetzt nicht mehr hochkommt... Boah, Alter, Junge! Das ist eine übertrieben krasse Parkour-Map! Nice! Fällt mir richtig gut! Boah, 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 boah! Echt! Aber man muss da... Lol! Okay, ich glaube, hier ist jetzt vielleicht die Magic. Ich glaube, es ist leichter, wenn du hier rüberspringst wieder und dann von hier aus wieder rüber gehst. Do you believe in Magic in the Younger's Heart? Alter! Magic, weil ich schweben kann, oder was? Ja, genau! Ey, jetzt schon wieder auf so einem scheiß Loopinggang, ne? Ich traue mir die Nüsse. Du musst jetzt sagen, Bibi Blocksberg! Du meinst War Rider! Bibi Blocksberg, die kleine Hexe! Ach so! Ja! Ist das ein War Rider oder ist das eigentlich ein Looping? Du musst... War Rider! Alter! Scheiße! Ich glaube, ich muss den neuen... Jetzt geht's ab! Alter! Okay, jetzt geht's! Jetzt haben wir's geschafft komplett! Fuck! So! Je nachdem, was da noch kommt, ne? Ich weiß es nicht! Ich glaube, wir gewinnen an Höhe mit den Röhren! Alter, war weiter Shit! Hier so schnell rein! Willkommen! Hier so schnell rein! Hier so schnell rein! Ich muss mir gleich einen Energy holen, Alter! Dann seh ich nicht mehr klar! Oh! Ach so! Zwei Runden bei Jungs, ne? Ja, zwei Runden! Was?! Was?! Nein, nein, stimmt nicht! Ich gucke doch mal unten! Man sieht das doch hier! Also... Lass ich mich hier nicht verarschen, ne? Der Ziegenmann kommt vorbei und er wird ein Arschloch ficken! Oh nein, was mach ich denn da? Nein! Oh, kurz davor! Mario, du musst einen Fehler machen! Deine Schnauze! Weil da ist das Ziel! Genau, da ist das Ziel! Ich mach jetzt extra richtig langsam! Eigentlich müsste man scheiben ohne sich... Ja, den Punkt hab ich! Und jetzt kommt ein Gleit! Der Gleit ins Ziel! Wohooo! Was ist das, was wir wetten wollen noch, ne? Nimm weg, Block, Sperg! Du kleine Hexe! So Käse! Ja, okay! Ich mein' bei dieser Map klar, dass ich dann warte! Oh! Nein, daneben! Geglitten! Ja, das zeigt, Marvin nicht gleiten und was ist, wenn wir beide gleichzeitig ins Ziel fahren? Ist dann aber! Erstmal musst du hier herkommen! 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 Erstmal muss Marvin ins Ziel fliegen, damit köpst dann Warten wird! BB Blocks back! Du kleine Hexe! Oh Mann, das kann ich ja nicht schaffen, wie ich das irgendwie andere mache! Also wenn ich das Ding nicht hier beenden darf, ne? So! Wir sind im Ziel! Putzmann! Akrobat mal Wasser! Der Gleit scheint wohl nicht allzu schwer zu sein! Ich glaub, man muss nur wissen, wo es ist und dann... Ich bin halt, wie gesagt, nicht weit weg, ne? Ich hab nur so lange gebraucht in dieser einen Stelle, das war richtig unnötig! Dino, das ist die schwierigste Stelle! Ja, okay! Mach mir aber auch nicht mehr... Besser wäre... Ah, das letzte, was du gemacht hast! Das war die schwierigste! Also ich find das hier schon... Schon sehr, sehr, sehr hart! Fast runtergefallen! Meinst du gleich, dass was kommt jetzt? Oder genau das, wo ich grad schon bin? Ne, ne, das ist ja ziemlich easy! Da, wo du gleich drauf fährst! Alter, und hier ist kein Punkt! Serious! Lol! Ah, hier ist ja nur noch keiner rausgehen! Äh... Also ganz easy fahren, ne? Richtig, richtig easy, man! So! Ganz langsam! Ich war hier ja schon drauf, ne? Dann bin ich runtergefallen! Ist das dein Ernst, Alter? Damit kann man nicht fahren? Ah doch, lol! Komm! Neu, wie kannst du denn wenig Gas geben? Das geht ja auf PC gar nicht mit Katastatur! Doch! Du richtig anzippeln nur! Achso, ne, weil Dena kann ja durchfahren, ne? Wenn er den nur... Ja, stimmt! Mit das... Alter! Richtig geil! Aber du machst es richtig schnell! Ich hab das viel langsamer gemacht! Wer? Ne, Dena! Der Cruiser ja richtig mit Fullspeed! Marvin, zieh dir mal mich rein! Guck mal her, wie schnell ich das mache! Du hast überhaupt noch schaffst, ist die Frage! Und den Punkt! Alter, war das ne Map gemacht! So! Sexy! So! Ne, jetzt warten wir ab! Noch mal schön! Das heißt, ich muss jetzt warten auf euch beide! Ja! Kann ich mir easy in Energy holen, Alter, und noch kecken gehen! Jawoll, ihr habt die Scheiße geschafft! Hast du, dann ist Dena auch gleich der Magier! Lol! Alter, zieht euch das rein! Okay, wir lassen das hier ganz gut stehen, ich muss ja sowieso jetzt cutten! Also, bis gleich! Gucken wir kurz, Energy... Energy, Energy! Ler, jetzt kommt... Ist das dein fucking Ernst, Alter? So, ich schau' mal weiter bei Dena! Ist das dein fucking Ernst? Oh! Ey, kraul' mir die Nüsse! Nicht! ich hole dich wieder ein Leder! du bist ein Taub oder? wow wutz wow ja da bin ich drin das sieht gut aus wow 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 okay die Map ist echt nice das sieht jetzt richtig gut aus ooooh schade schade ey dass wir im ersten Mal geschafft hätte ich Kiffle einholen können schade schade und wäre bei euch beiden ja Dreck gewesen ooooh aber gleich kommst du an eine Stelle wo du einfach die ganz eine sehr lange Strecke wo du sehr sehr viel geradeaus fahren musst ok aber zumindest Deko kann ich noch bekommen also Marvin ich werde es natürlich noch gecutt haben du musst mir jetzt eine Sache sagen ich werde jetzt den Sprung machen muss ich da hinfliegen wo das rote ist ja aber ich darf ja wenigstens mal gucken wo das ist klar Deda ich bin links ran gefahren so an der Seite genau genau ah ok ok den machen wir nicht first try aber den kriegt man ganz gut hin ok bei diesen Teil kannst du auch in der Mitte fahren Deda nice ich versuche jetzt was also Deda ich versuche jetzt was ich sehe auch schon das Ziel als Punkt aber ich habe noch einen Punkt vorher aber ich sehe schon den Punkt Deko ich gleite zu dir wenn du mich rammst dann fick ich in der Nachfolge ich habe wirklich was geschafft auf die Platte doch achso ne ich habe keinen Kontakt achso stimmt ja ok wenn du mich ablenkst fick ich in der Nachfolge Deda fahr doch wer hier unter euch gleitet ich muss mir die Zeit irgendwie vertreiben also wie schnell Deda durchfährt ich muss irgendwie noch was schaffen hier ja fullspeed bin ich auch durchgefahren lol 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 ey wie schnell ich Deda hier durchfahren kann mit Controller willst du mich runter holen aber ich bin auch sehr schnell durchgefahren du musst dich nur einmal ausrichten also Deda wenn du es jetzt nochmal so machst bei der anderen graden Strecke dann holst du ihn jetzt noch einen hey wie willst du mich denn einholen nein ich meine Deko achso hier Marvin ich zeig dir doch was das Natur geht komm her einmal perfekt hier go oh Deda man ich war nicht ja es war schwer Deda wird zu geil auf meine Arschloch deswegen macht er Fehler Deda ich besuche dich ja ja oh ich seh es aber du kannst es immer noch schaffen guck mal Dekos ja wir warten natürlich auch noch auf Deda dann gleiten wir gleich alle drei zusammen im Herzen gehört mir der zweite Platz aber mir ist jetzt nicht so wichtig was im Papier da steht Lass mal Marvin ich lande hier drauf was war das so Deda sollst du nochmal runter kommen ausmachen einatmen ich komme jetzt runter ich komme gleich runter zu euch ja aber ich finde das so geil dass man bei diesem Cunning Stunts gleich sogar um 180 in der Luft drehen kann ich bin jetzt da wo Kev ist Irgendwann später das sieht gut aus Eier Eier ich sag nur noch Eier tauschen er hat das gemacht ok Deko wir können endlich endlich alter und jetzt ein Ziel gleiten ausrichten ausrichten das sieht gut aus Deda runter musst du du musst runter ach ach toll das Ding ist das Ziel na toll ein Meter dann vorbei also halbwegs wenn ich es jetzt nicht beenden sollte das wäre so unverdient ist jemand schon im Ziel ne 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 der hat extra gewartet der nächste der ins Ziel kommt der löst halt den Countdown aus ok dann los Leute hier mal gucken ob ich den Platz ihn hochbekommen kann oh oh nein ey guck dir wie knapp ich da vorbeigeflogen bin Marvin ich schau grad bei Deda ja hab er auch knapp vorbei ey das kann nicht das muss man echt mit Tastatur machen weil weißt du das Problem ist dass du nicht genau gerade bleiben kannst während du mit Tastatur halt gerade bleiben kannst Marvin check das aus ich zeig dir alles meine oh warte ich schau mal bei Kev so ja das sieht doch gut aus ja Kev jetzt schaffst du es aber ne das war grad dem ich grad dem war eigentlich besser oh ne grad dem war besser nein ey es kann so nicht wahr sein man das ist denn gerade euer Problem man wir sind doch sonst die Gleichkönige weil er jetzt verlinkt so hässlich ich schaff es nicht gerade auszufliegen ja der lenkt halt irgendwie mal auf die Seite du dann alle drei alle drei sind jetzt in der Luft schön alle in den Slide rein nein ich bin drin nein lol ich bin durch den Punkt geflogen nice meiner ist auch ich bin durch den Punkt geflogen und dann durchgefallen und gegen die Wand aufgestellt hey nur Durchfall gehört ja das hab ich auch getrunken please ja ich würde am Anfang ein bisschen rechts von der Rampe abspringen so minimal dann brauchst du da nicht so ein bisschen rum fixen oh oh ey das kann doch nicht wahr sein alter äh er lenkt ja schade schade also das Ding ist es ist ein einfach so nah vom Punkt her man landet immer so ein Meter zweit links ein Meter zweit rechts man müsste irgendwie besser von oben glaube ich rein droppen also ich bin bei der Rampe oben ein bisschen weiter rechts gefahren dann ging es eigentlich voll ja aber er lenkt jedes Mal ich kann wenn ich abspringe bei der Rampe und greife auf Zufliegel dann fickt mich das gelang hörl ich bin über Kopf und der vergleitet einfach weiter hast du das gesehen Marvin ne ich war gerade über Kopf hab ich turtle mäßig gedreht auf dem der ist einfach weiter vergleitet ja schauen wir das nochmal bei Kev an so machen wir mal Marvin's Taktik den letzten Speed hast du zwar nicht mitgenommen aber es dürfte so oben gehen easy guck dir das an ja ja ey wenn du es jetzt nicht parkst Kev also ey bleib doch einfach so ja ey du bist so ein Bastard du überlebt Marvin nice ja das ist crazy man und drin seid ihr beide drin ne ich bin jetzt drin gut dass Kev so lange gewacht hat so konnten die konnte ich jetzt auch mal probieren ja so ein bisschen rechts ein bisschen rechts dehnen ja einfach der redet ja immer von alleine so dumm ey warum lenkst du so behindert ja verstehe ich auch nicht oh Dena hat das jetzt oh das kann ich was finden bisschen links das ist doch eigentlich was Töten der dreht ja blödlich wieso lenkt er nicht das ist richtig doof Schade Schade ich fand das war ne richtig krasse Alter Zirkus direkt oder mal Bosser die war mega geil Seilzeit jetzt das Däumelein nach oben nicht checkt auf die nächste Folge morgen auch schon und zweitzeit mit Dena ich hoffe euch hat es natürlich gefallen machts gut Leute bis dann Ciao 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 Outro 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 Outro